Merz to my today, Valorant, richtig Bock drauf, mal wieder. Da wo man den roten Rahmen sieht, ist normalerweise mein Facecam. Okay, wir spielen mit. Okay, Phoenix ist, ich gehe mit Sage. I don't know, just type some things. Los geht's, die Welt rettet sich nicht von allein. Mein Gott, ja doch. Spike platziert. Spike platziert, Mama. Aha. Na geil, toll. Geht gut los hier. So nicht. Na geil. Obwohl. Ach nee. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Immerhin verstehen sie sich musikalisch. Let's go. Okay, let's go. Komm hier. Bucky play. Ist noch ein bisschen laut, Entschuldigung. Stellt euch eure Anrufe. Nimm Dax. Spike in B. Bucky play. Ein Gegner übrig. Ohoho. Let's go. Never gonna give you up. Geht nicht auf, weil es nicht gut läuft. Ich sag's nicht gern, aber wir spielen besser als Team, oder? Äh, äh, wie lautet der Kahn? Das ist aber Valorant und können wir das jeden gut kippen, ja? Das ist das Problem. Mann, Mann, Mann. Ahaha, weggelasert. Einer spielt wie, einer spielt wie ein Bot und der andere ist Afka. Auch schön. Ich weiß, was getan werden muss. Warum ist die Community von Valorant immer so giftig, ey? One day he's gonna want a champion league. Ah! Ah! Sudden death! Sudden death! Sollen sie versuchen mich zu überwältigen? Verteidiger gewinnen! Ohohoho. Ohohoho.